Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute mit einer neuen Folge Soulmask. Ja, ich bin total gespannt, denn ich weiß jetzt, wie man die Karte aufdecken kann. Und falls ihr es noch nicht wisst, dann gebt mir gerne einen Like, ein Abo und aktiviert das kleine Glöckchen, damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und noch was anderes, ganz kurz bevor wir ins Spiel starten, kommt einfach auf meinen Discord. Dort haben wir eine richtig coole Community, erstens und zweitens auch einen eigenen Soulmask-Server. Also, wenn ihr Bock habt mitzuspielen, dann joint einfach im Discord. So, und jetzt nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, wir starten. Let's it go! Ja, Leute, wir sind wieder im Spiel und wir haben, glaube ich, an der Stelle aufgehört, wo ich das blöde Riesen-Kokodil erledigt habe. Jetzt würde ich doch mal sagen, dass wir zurück ins Lager gehen und dass wir dann hier zu diesem komischen Auge gehen, denn dort ist ein Speer, steht auch da, Barbaren-Speer-Informationen-Erhalt. Und wenn wir den mit unserer Masken-Energie quasi bezuzeln, oder wie auch immer man es nennt, dann wird hier die Karte weiter aufgedeckt. Und das möchte ich mir doch auf jeden Fall anschauen. So, wo ist denn mein Leuchtfeuer? Wir düsen jetzt Richtung Leuchtfeuer. Und wer ist denn eigentlich das da oben? Oh, irgendwer, der Grantic auf uns ist. Gut, auf dich habe ich aber keinen Bock und auf dich auch nicht. Ich will eigentlich nur kurz zurück ins Lager. Beziehungsweise, weil es mir gerade so einfällt, ich muss eigentlich gar nicht ins Lager. Ich kann doch auch einfach gleich dahin düsen. Waffen habe ich dabei, Verbände habe ich dabei, deswegen warum nicht einfach gleich dahin? Ja, ich habe auch, wie ihr sehen konntet, ein bisschen was an meinem Hintergrund geändert. Ich hoffe, ihr findet den genauso cool wie ich jetzt. Und ja, dann schauen wir doch mal, was da jetzt auf uns zukommt. Ich hoffe, dass es nicht ein allzu großes Lager ist. Und dann müssen wir uns demnächst mal ready machen für diese Barbarenkaserne. Oh mein Gott, ist das wieder geil hier mit der Sonne? Ist es geil oder ist es geil? Ja, wir schwimmen jetzt einfach mal durch. Ich hoffe, dass jetzt keine Piranhas kommen. Weil die sind nämlich gerne hier in dem Fluss. Oh, wie das ausschaut, voll chillig. So, bitte einmal schnell rüber. Warte mal, Abkürzung, Markierung hier. Ich glaube, die Kaserne liegt in der Richtung, wenn ich mich nicht täusche. Ich nehme jetzt einfach schon mal meine Waffe und mein Schild. Habe ich eigentlich Lichter dabei? Ja, ich habe ein Licht dabei. Das packen wir uns dann gleich mal dahin. Können wir eigentlich auch schon mal anschalten, denn es wird ja langsam dunkel. Und dann haben wir noch genug Maskenenergie. Ja, haben wir. Die sollte also hoffentlich ausreichen. Sagt mir doch mal, wie lange ihr schon spielt, Sol Mask und wie weit ihr schon seid. Ich habe natürlich erst gerade damit angefangen. Deswegen ist es jetzt erst, weiß ich nicht, Part 7 oder 8 oder was. Es ist auf jeden Fall ein mega geiles Spiel. Allein auch schon, was die Grafik betrifft, ist zumindest meine Meinung. Ich habe noch sehr viel zu entdecken und ich hoffe, ihr helft mir dann alle dabei. So, noch 90 Meter. Kann ich denn so schon irgendwas sehen? Nee, natürlich nicht. So, denn. Okay, hier ist ein Tapir, der sollte uns aber nicht weiter stören. 44 Meter. Ich glaube, bei dem Lager war ich schon mal. Barbaren, Speer und ein Hund. Ist da nicht mehr? Nö. Dann machen wir natürlich zuerst jetzt mal den... Oh, doch, da ist mehr. Wieso hast du mir den nicht gezeigt? Du musst weg. Weg. Okay, also ihn haben wir. Dann brauchen wir... Dann brauchen wir jetzt den... Wohin rennt denn der Hund? Versteckt sich hinter dem Speer oder was? Was bist denn du für eine feige Sau? Okay, also er ist weg. Oh, scheiße. Und ich liege schon wieder. Mann, was hat mich denn da so schwer getroffen? Ich darf mich nicht bewegen. Nicht bewegen. Aber die Kamera darf ich drehen. So, du darfst mich jetzt nicht sehen. Ich muss mich nämlich verbinden. Damit ich ganz schnell wieder aufstehe. Na los, komm. Wir haben's doch fast. Na los. Ach Gott, ist doch nicht dein fucking Ernst. Also gut, hier ist endlich mein Todespaket. Komm schon. Nimm es. Und dann gehen wir einmal schnell weg. Ach, diese blöde Kuh ist natürlich hinter uns her. Das war ja klar. Können wir nicht einfach mal kurz wegdüsen und unsere Lampe anschalten? Das wäre ganz nice, weil dann sehe ich nämlich was. Ich weiß natürlich nicht, wie lange die uns hinterherläuft. Ich glaube, jetzt hat sie's aufgegeben. Okay, dann müssen wir uns unbedingt verbinden. Und was mampfen. Und dann geht's weiter. Und wehe, ich schaff's diesmal nicht. Das nervt mich, dass ich immer umfalle. Wo ist die blöde Kuh? Hier. Komm her. Ja, du kannst ruhig dein Zelt schlagen. Das stört mich nicht. So. Vernehmbar. Halt E drücken. Ich will Informationen. So, und jetzt habe ich Informationen erhalten. Und jetzt kann ich dich töten, glaube ich. Schauen wir doch mal auf die Karte. Jawohl. Das ist geil. Jetzt haben wir hier nämlich richtig cool alles freigeschaltet. Mittlere Mine. Da gibt's Zinnerz. Okay. Hier sind auch noch ein paar Seen. Und hier ist auch noch mal ein Speer. Also das fände ich auch cool, wenn wir das noch freischalten könnten. Das ist natürlich jetzt nicht direkt ums Eck. Was ist denn das hier? Sollen wir dort mal hinschauen, was hier ist? Ich glaube, da war ich nämlich auch noch nicht. Ja, dann lasst uns doch mal ganz gemütlich dahin spazieren. Aber vorher vielleicht kurz heilen. Nicht, dass mir auf dem Weg wieder irgendwas begegnet, was mich umbringt. Ich bin nämlich prädestiniert dafür, dass ich irgendwie hier ständig umfalle. Warum auch immer, sonst bin ich gar nicht so ein schlechter Kämpfer tatsächlich. Aber ja, easy. Dann düsen wir jetzt im Sause-Schritt zu unserer Abkürzungsmarkierung. Übrigens, für alle, die dies jetzt noch nicht richtig mitbekommen haben, wie man einen Speer Informationen entlockt, damit sich die Karte öffnet. Ich erkläre es nur noch mal ganz kurz. Ihr seht auf dieser Karte hier die Augen. Da steht auch dort Nordregenwald-Sperr zum Beispiel. Dort müsst ihr hingehen, scannt die Umgebung und ihr seht, dass einer, keine Ahnung, Barbaren-Sperr oder so heißt. Den macht ihr runter, bis dort steht Vernehmen, also quasi in seiner Lebensliste runterkillen, bis dort Vernehmen steht. Und dann könnt ihr ihn mit der Masken Energie Informationen entlocken. Und dann wird auch schon die Karte aufgedeckt. So einfach ist es. Und da stehen Leute, oder? Stehen da Leute oben? Ja. Oh nee. Will ich aber jetzt eigentlich dann nicht hin. Level 16. Weiß nicht, ob ich den packe. Magst du runterkommen? Eine Saline. Ach, sind das Salze oder so? Komm. Okay. Puh, zum Glück, ey. Ach, wisst ihr, was wir jetzt gar nicht gemacht haben? Wir haben jetzt bei dem anderen Ding die Kiste überhaupt nicht gelootet. Und ich muss mir was anziehen. Ich wurde nämlich geschimpft, dass ich nichts anhabe. Das heißt, bessere Rüstung muss ich mir auf jeden Fall auch noch machen. Das ist ja aber kein Problem. Das kann ich auf jeden Fall tun. Ähm, dieses Kaputschko, das ist auch Kaputschko. Okay, äh, dann legen wir mal die besseren Verbände auf die Neuen und verbinden uns. Super. Können wir noch was essen? Ja, auch. Dann haben wir den einen Speer oder, äh, Außenpostler oder wie auch immer. Das heißt, haben wir weg. Dann gehen wir weiter und machen vielleicht jetzt einfach mal den anderen dann gleich. Was haben wir denn zu verlieren? Außer unser Leben mal wieder. Verbind dich schnell. Komm, komm, komm. Kurz mal weg. Wie kann sie, wie kann sie mich denn, wenn ich schon... Ah, egal, Leute. Ich sag nichts mehr. Verzieh dich. Ich bewege mich nicht. Geh weg jetzt, du hässliche. Okay, die geht also wieder hoch auf ihrem Platz. Ich hoffe, wir heilen uns jetzt noch hoch. Ansonsten verbinde ich mich halt einfach nochmal schnell. Damit ich endlich aufstehen kann. Okay, nice. Und ich hab gesehen, wir haben diese blöden Klemmbretter. Ich hätte natürlich mein Inventar auch leer machen können. Aber, hab ich natürlich wieder nicht dran gedacht. Na gut, wir probieren's einfach nochmal. Oh, bist du runtergefallen? Komm her. So, ich düse hier runter. Okay. Hat geklappt. Sehr schön. Dann instant wieder verbinden. Dürfen keine Zeit verlieren. Beziehungsweise, wo sind denn die Verbände? Sie hatte doch auch gerade Wäsche. Und schon sind die Klamotten auch wieder weg, by the way. Verbände, wo seid ihr hier? Ach, die tun wir mal auf die vier. Das passt, glaube ich. Wasser entnehmen. Wasser entnehmen. Wasser entnehmen. Erfolgreich. Kann man die Dinger hier kaputt machen? Oh ja. Cool. Dann machen wir das doch. Dann haben wir hier auch noch ganz viele. Der Eimer geht nicht kaputt. Okay. Aber vielleicht das Fass. Nö. Oh yeah. Loot, 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 loot. Cool. Und ich glaube, da sind Sachen dabei, die ich noch nicht hatte. Baumwollsamen und so. Da war jetzt nix. Jetzt haben wir noch den Speer, den Speer und den Typidor hat. Level 15, Level, was? 14. Ja komm, wir wagen es einfach. Komm her. Na hier, komm. Okay, passt. Er ist kaputt. Er hat auch Kleidung. Wir reparieren uns gleich mal wieder. Und dann werde ich mir jetzt auch schnell das anziehen, was er da dabei hatte. Schuhe und Oberteil. Und dann gehen wir doch gleich mal hier rauf. Und machen diese junge Dame K.O. Komm. Na los. Oh, jetzt wollte ich sie gerade noch einschüchtern, aber naja. Vielleicht den nächsten dann. Und ich kann mich schon wieder heilen. Also das ist echt krass. Da ist eine Vase. Mit nix drin. Und jetzt kommt er, sie, es. Hallo, hier bin ich. Ich bin aber noch nicht fertig gehalten. Ich muss noch kurz warten. Voll nett. So, und wir schüchtern den ein, wenn ich kann. Jawohl. Wir brauchen nämlich neue Leute. Neue Leute braucht das Land. Und okay, habe ich jetzt hier alles an Vasen kaputt gemacht? Ich denke schon. Wenn ihr wisst, dass hier noch was anderes ist, dann sagt mal Bescheid. Ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwie abbauen kann. I don't know. Aber ich denke, ich gehe jetzt mal ganz kurz nach Hause mit ihr. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ach, witzig. Ich wusste nicht, dass die mit dem Sklaven auch schwimmen kann. Tatsächlich, habe ich gerade gemerkt und wollte euch das nur ganz kurz mitteilen. Und weg von dem Eber, auf den habe ich ja mal gar keinen Bock. So, jetzt sind wir zum Glück gleich zu Hause. Die Sonne geht da hinten schon auf. Und ich muss dann auch unbedingt schauen. Erstens mal nach den Lamas. Hier ist eine kaputte Falle und nix drin. Hier auch und hier auch. Aber eigentlich wurscht, weil ich habe ja schon Truthähne, Truthähne, die ich in der Züchtung habe. Und zu denen müssen wir jetzt auch mal gucken. Ich lege dich jetzt mal kurz daher. Und dann brauchst du ja was zum Mampfen, nicht? Ja, was haben wir denn für dich? Weiß nicht, ob das hier geht. Ja, das geht. Sehr schön. Dann kannst du jetzt da vor dich hinvegetieren, bis ich dich rekrutieren kann. Und wir gucken hier in den Stall. Oh, und die Alpakas sind groß. Und haben Hunger. Ähm, ja. Das heißt, ich muss jetzt mal kurz. Verhaltenseinigungen. Kämpfen? Folgt er mir dann? Warte mal, ich konnte dem doch pfeifen oder so. Ja, genau, mit Z. Komm mal her. Hallo. Wieso kommt der nicht? Bereits hier zum Folgen rufen. Mist. Irgendwie macht er nichts. Wir brauchen noch zwei Namen für die. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, erstens Name, zweitens, ähm, was die essen. Ich habe hier draußen eine Wassertränke und halt so einen Futtertrog, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich sie da rausbekomme. Naja, hier sind auf jeden Fall unsere Truthähnchen. Und genau, denen geht es anscheinend soweit ganz gut. Hier sind meine Kämpfer und Gefolgsleute, die gerade nichts zu tun haben. Für den brauchen wir noch einen Namen und auch für sie hier. Also, wer Lust hat, schreibt gerne welche in die Kommentare. Ja, Leute, ich habe einfach keine Ahnung, warum dieser Typ hier so blöd in der Tür steht und sich nicht bewegt. Wenn ihr da einen Tipp habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde den Part auf jeden Fall an der Stelle beenden und dann gucken wir, dass wir auf jeden Fall im nächsten Part eine bessere Rüstung herkriegen. Ja, ihr Lieben, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, abonniert gerne, wenn es euch gefallen hat und joinet im Discord und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Bye.